Tag Leute, da sind wir Willa. Die Kaputten, Gestrandeten und beinahe einer. Der versucht hier die irgendwie ins Haum zu halten. Oh Leute, der Winter ist vorbei. Die Bäumchen werden langsam grün. Ich hoffe, wir kriegen jetzt langsam Silizium. Wir brauchen dringend Strom. Strom, Strom, Strom. Von diesen Pflänzchen hier. Aber da kann man noch nicht ernten. Oder? Doch. Ja, das ist doch egal. Okay, chemische Synthese Stoffe. Ja, okay. Das hatten wir letztens, glaube ich, schon erforscht. Ölförderung. Echt? Öl kann man hier fordern. Krankheit, Rita? What? Warte mal, Rita. Was hast du denn? Oh nein, eine Lungenentzündung. Ist aber gar nicht gut. Zack, Antibiotika rein. Aber flott hier bitte. Hoffentlich kommt irgendwie jemand und hilft dir mal. So, Zäune sind noch nicht ganz drum herum gebaut. Was wollen wir hier? Ne, was ist hier angebaut? Die Kauwurzel. Mal gucken, was wir da noch machen können. So, hier fehlt uns ja hier. Das Heu fehlt uns hier, glaube ich, um das fertig zu bauen. Genau. Da kriegen wir hier kein Heu, ey. Ich weiß nicht, ob wir die hier wegmachen. Aber die würde ich da eigentlich behalten. Und wann denn der Heu kriegt. Irgendwie irgendwann. So, hier haben wir genau schon mal angefangen, so einen Zaun zu basteln. Rita erholt sich. Sehr gut. Samantha forscht. Auch sehr schön. Überall sind die Öfen aus. Sehr gut. Es wird langsam. So, wo ist hier? Nur mal. Der Ken plündert sich vielleicht eins von der Palma. Sehr gut. So. Ken Nervenzusammenbruch. Alter, jetzt hat er gerade hier traurige Schlendern. Ja, denn Schlender durch die Gegend. Gibt es doch nicht. Das hier. Ah, da sind Büsche. Oder Moment, oh. Die können wir mal schneiden. Mal gucken, was da rauskommt. So. Eventuell machen wir, wenn da Heu rauskommt, die Büsche hier auch noch weg. Das passt da nämlich. So, aber ich kann doch hier. Wo waren die? Da hinten? Hier. Doch, ich kann ernten. Oh, geil. Das ist wichtig. Ähm, Silizienblätter ernten. Echt? Die hat er nicht mit drin gehabt? Zu viel, oder was? Ach, die sind noch nicht so weit. Okay, okay, okay. Okay. So, wir können hier mal kurz zur Forschung gehen. Kühlschrank. Ganz wichtig. Äh, das mit dem Werkzeug habe ich noch nicht ganz verstanden. Wartet, soll. Gucken, das haben wir drin. Elektrische Schmelze können wir nicht, weil, hm, Strom fehlt. Kühlschrank machen wir zwar, aber Strom fehlt. Na gut, dann packen wir das noch mit rein. Kaffee. Komm, gibt Energie zurück. Kennen wir doch. Kennen. Jetzt bringt er das noch. Sehr gut. Oh Gott, hier geht schon welche zu schlafen. Erste Tag schon vorbei? Gar nichts gemacht hier. Okay, hier haben sie auf jeden Fall schon mal ein Holzchen gelegt. Da haben sie auch schon mal gebaut. Das ist sehr schön. Silizium. Silizium. Yes. Alter, kann man denn doch was anderes erforschen? Jawohl. So, warte mal. Weg, 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 weg. Das da brauchen wir. Ganz dringend, ey. Kann man das eigentlich hier hin und her schieben? Kann ich sagen, jetzt sind den da hin und den da hin. Ah, als erstes. Ah ja doch. Okay. Geh, nehmen wir Kaffee erstmal raus. Ist da toll, dass es drin hier hat. Medipack. Ist ein Tag. Elektronik braucht zwei Tage. Lagerverwaltung. So, schönen guten Morgen, ey. Ist schon komisch, weil... ...der immer denn kocht. War die nicht schlafen? Naja. Whatever. Simenta ist auch mal richtig heftig. Jetzt müssen wir gucken. Schneidet. Nee, da gibt es nur Stöcker. Scheiße, es gibt nur Stöcker. Also müssen wir hier höchstwahrscheinlich mal so ein Buschfeld. Vergrößern. Kühlschrank. Yes. Kühlschrank erforscht, kann man aber noch nicht nutzen. Strom fehlt. Ach, Cementa. Cementa frisst jetzt viel. So, wir brauchen mehr Gras. Das ist das, was der Kiffer sagt. So, okay, wir können... Okay, es geht die größer. Verteidigung waren die Zöner, komischerweise. Damit können wir dieses hier, können wir da auch... Ich... Nee. Doch. Nee. Nee. also ja kann ich die nicht geht so nicht okay doch wer doch her warum gibt es jetzt hier schon mal ein gewitter regen regen ist gut für die pflanzen so wenn wir den haben können die noch die aufweg machen vor allem brauchen wir die noch nicht der grayson heult sich ins so rechte dahinten kent plündert sehr gut aber wie ist jetzt hier mit forschung älter 5 prozent grad machen das sei jetzt mal wichtig cement ist dabei so gräsen hat sich ausgeheult jetzt wird erstmal zaun abgerissen so wie sind eigentlich oder wie ist der zustand der waffen mit zehn geplündet das ist gut sehr gut okay 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 also müssen wir erstmal nahrungsmittellagerungsgedöns machen hier ist der boden immer noch nicht gebaut doch einen haben wir aber den rest nicht stehe ich nicht so wir gehen schon weiter schlafen 19 uhr ich weiß nicht geheult ein bisschen sound kaputt gemacht und schon ist er fix und fertig muss schlafen ja dann mal gute nacht weiter geht's weiter geht's okay das ding wird verwertet also ernten ist der tod ja nicht tot schnappt sich jetzt holz und baut den turm na gut so wie haben wir eigentlich die einteilung zwecks anbau anbau ok ken soll ernten ich nehme an das ist ernten ernten ist hier die rita soll ernten ok rita das hat doch allerhöchste priorität denn ne wo ist sie denn oh die erntet da hinten das silizium da können wir den ernten abbrechen die rita rein da kenn transportiert ja demol wir haben jetzt wieder stroh geil irgendwas verwertet was soll denn also soll sich jetzt verwertet was soll erkennen und der grazen baut ok alles klar sehr gut und emelin ist echt michelon stern küche sehr gut kennen äh grazen sowohl haben wir im lager gar nicht drin ey wichtig ist das hier dass das endlich gebaut wird oder für die hautburger alter ich jetzt dazu fehlt direkt vor der tür okay wieder pflanzert heu warum mache ich jetzt eigentlich so viel heu jetzt haben wir elektronik ok das war erst mal forschen elektronik hammer kaffee bei ihr machen kann max ok ach die haben die ressource bekommen meckern ok ok deswegen haben wir die jetzt hier drin cool also einlegen wäre schon jetzt langsam wichtig ne wobei die ganze stromkram stromkram und das hier guck mal deswegen brauchen wir das hier um daraus ziegel zu machen stehe ich zwar nicht ganz aber ist wichtig das heißt beim verwerten hat er jetzt hier noch mal geile sachen hier finden so liegt hier noch ein bisschen holz kann das hier gleich nehmen wenn er fertig gebaut hat und weiter bauen kümmern sich um schmelzofen sehr geil und der rita erntet den kram damit wir endlich mal den fußbodenbelag hinbekommen essen verrottet nicht schön aggressive das dass kein übel werden was haben wir am waffen ok ok die anderen müssen auch ein berufen das ist das ist das ist die sind nicht lustig die viecher da wieder weihnachtsscheiße kenne ist verletzt nein das darf doch nicht verletzt werden weißt du noch ein aggressives tier da wo da hinten okay ja mal gucken das ist mal ab in der haja und gesund werden jetzt hier ja 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 scheiße Alter. Naja, soll das ja da studieren? Holzboden beschädigt. Ja, gut. Repariertboden. Grayson, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ken wartet noch auf Behandlung. Der Emeline wartet auch auf Behandlung. Oh Gott. Was für ein Drama. So, Silizium können wir ernten. Das ist so wichtig jetzt. Rita, mach mal Yanke. Die Rita hält erstmal. Die Emeline ist auch wichtig. Emeline. Schachelpunktion. Immun gegen Lungenentzündung. Lungenentzündung, sehr gut. So, dann können wir jetzt die Kreischer schlachten. Hier liegt auch noch einer rum. Wieder geht's schlafen, naja. Mitten am Tag. Oh, das mit dem Bauen, das... Und mit dem Ernten, ey, Alter. Das ist so wichtig, das Ernten. Und macht eigentlich keiner mehr Klamotten hier. Da sind schon jetzt ein Ausgänger. Da fressen die weg. Rita, vom Schlafen zum Essen. Also, wenigstens Grayson baut. Wissen Sie es eh noch, macht ja was. Das können wir erstmal wieder abbrechen. So, so, dass wir noch fertig ernten. Immer dann kocht, sehr gut. Und fertig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und Rita erntet. Jetzt gibt's Wolle. Sehr geil. Kann man mal noch überlegen, jetzt hier den Zaun. Ja, der sagt von hier oben an. Ja, der sagt von hier oben an. Kriegen wir denn ein Tolls, wenn wir den Baum da wegmachen? Ähm. Das da, schneiden. Das da, schneiden. Kleine Nadelbäume, schneiden. Rauchblätter. So, machen wir das erstmal weg hier und dann gucken wir mal. Erstmal schlafen, ey. So, Leute. Aber die schlafen jetzt. Und wie es weitergeht, seht ihr, wenn die aufwachen und ich dann auch wieder da bin. Habt vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm. Jo. Gebt mal oben ein paar Tipps und so weiter. Und ähm. Lass gerne einen Daumen oben da. Ne? Haut rein. Vielen Dank. Abo nicht vergessen. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.